Weihnachten ist die Zeit des Wünschens. Dies ist ein Wunsch für Sie, Herr Senator Rabe. Und ein Wunsch für Sie, Herr Bürgermeister Scholz. Und ein Wunsch für Sie, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unseren Fürsten und aller Obrigkeit. Also allen, die uns regieren. Geben Ihnen Frieden und ein Kriegsregiment, damit wir unter Ihnen ein ruhiges und stilles Leben und aller Verseligkeit tun. Und dieser Wunsch, zugeschrieben Johann Walter, ist 500 Jahre alt. Ein Geschütz hat ihn vor 350 Jahren vertont. Wir singen heute. Denn er hat von seiner Aktualität nichts eingewiebt. Und danach singen wir dann noch zwei Lieder, die nicht ganz so alt sind. Das eine heißt Bethlehem und das andere heißt From a Distance. Und From a Distance hat sogar 1991 ein Grammy gewonnen für das Beste des Jahres. Viel Spaß. Vielen Dank. Applaus 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 dass wir unterliegen, ein geruhigt und stilles Leben für ihre Möge, für ihre Möge. In alle Nacht und Siebhaft, und Siebhaft, und Siebhaft, und Siebhaft. Amen. 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 Thank you. Amen. 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 Vielen Dank.